Sie haben das Wort. Unterstützen Sie eine Wirtschaft mit Zukunft statt einer Wirtschaft, die unsere Zukunft untergräbt. Ich habe jetzt so oft gehört, zurück in die Höhlen, das sei quasi das Motto dieser Initiative. Nein, es ist die Idee der Aufklärung, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Was heißt Mündigkeit? Mündigkeit, das heißt Freiheit mit Verantwortung zu verbinden. Nur wer frei ist, kann auch verantwortlich sein. Und deshalb, wenn wir in Verantwortung dafür plädieren, dass wir uns selbst beschränken, dann ist das nicht Zwang, sondern Freiheit, Freiheit zum guten Leben. Weil wir wissen, dass wir Geld nicht essen, nicht trinken, nicht atmen können. Sie haben oft jetzt die Nachhaltigkeit erwähnt, die drei Pole. Als könne man Umwelt aufrechnen gegen Soziales oder Soziales, gegen Wirtschaft. Nein, da haben Sie etwas grundsätzlich falsch verstanden. Die Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen. Sie muss im Naturbereich, im sozialen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich wirken. Und genau deshalb ist eine Wirtschaft, die ihr eigenes Fundament untergräbt, eben keine nachhaltige Wirtschaft. Die Frage ist nicht, ob wir eine Wirtschaft wollen, sondern welche Wirtschaft, das wir wollen. Wollen wir eine Wirtschaft, die dem Menschen dient, der Zukunft dient? Oder wollen wir eine Wirtschaft, die nur kurzfristig ein paar Aktionäre glücklicher macht? Wir haben uns entschieden, zum Mond aufzubrechen, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist, sagte Kennedy 1962, als er das große Ziel, das damals unerreichbar scheinende Ziel einer Mondlandung in zehn Jahren propagierte. Entscheiden wir uns heute, sechs Jahrzehnte später, entscheiden wir uns, zu einer Erde aufzubrechen, zu einer Erde, die bewohnbar ist für unsere Kinder, unsere Enkel. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Wer ja sagt zur Umweltverantwortungsinitiative, sagt ja zu einer Wirtschaft, die Wohlstand schaffen will, statt ihre eigenen Grundlagen und damit auch die Grundlagen aller Wohlfahrt zu vernichten. Wo bleibt heute in diesem Saal der Optimismus, der Mut, der Realität ins Auge zu schauen und nicht zu verzweifeln? Ob diesen Mut, das bewundere ich die jungen Grünen. Es gäbe genug Gründe, einfach den Kopf in den Sand zu setzen, zu stecken oder zu freuen sich, wenn das Orchester auf der Titanic weiterspielt. Nein, hier sind junge Menschen, die die Zukunft gestalten wollen. Gestalten wir sie mit, mit Mut in die Zukunft.